Na, und was machen Sie gerade? Was ich mache, ich tue etwas ausscheren und den Trieb, was am Stamm sind, wegbrechen. Wir sagen, der Volksmund-Ausdruck ist das, dass ich das anrauben tue. Anrauben. Zum Arbeiten geht es heute schön, glaube ich. Man muss nur wöhnen, wenn es auch warm ist, dann kann man auch arbeiten. Wöhnen muss man. Die Arbeit ist schön, wenn man will. Wenn man Freitag mit der Arbeit. Sind Sie von Spanberg? Nein. Nein, weil ich war nämlich in Spanberg unten. Nein, nein. Nein, nichts, ich habe gehört, dass es da einen Hausberg geben soll. Was gibt es da? Einen Hausberg.